Ich will, dass wir in Ruhe fahren, in anderen Formen liegen und es bleibt da als Nachstand, jeder darf so mützen, aber in einer ruhigen, harmonischen Form, die er einfach realitätsnah ist. Ich will ja keine Speed fahren, da muss ich nicht mehr was unterhalten. Nö, keine Speed fahren. Die haben schon förmischen Spaß gemacht, die zieht durch, die fahren lassen. Die gibt es nicht mehr. Und wir wollen, wenn wir fragen, wenn wir wollen, eine Ausstellung müssen geben. Darauf müssen wir aber auf jeden Fall vertreten, müssen wir aber auch etwas mieten. So, kommen wir nicht vom Boden. Du hast meine Meinung, kennst du das eine super feine Hand oder was? Äh, ist... Ich weiß nicht, dass wir heute sind. Ich weiß nicht, dass wir heute noch rein. Ich weiß nicht, dass wir das eine, weil ich dann alles ansprechen kann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir Leute, die es nicht mehr sind. Ich weiß nicht, dass wir heute accounten können. Ich weiß nicht, dass wir das machen können. Ich brauche nur dein, nur ein paar Hände und andere, noch gewohnt mit. Nächsten, einfach wichtig. Das ist die Fazit. Ich habe noch nicht gesagt, dass wir jetzt sehen. Es ist eine Beleuchtung unseres. Ich brauche nicht. Es gibt es auch wirklich die Fall. Ich brauche nicht. Ich weiß nicht, dass wir gar nicht mehr wissen. Das ist die Beugnade, das ist die Beugnade, das ist die Beugnade. Das ist die Beugnade, das ist die Beugnade, das ist die Beugnade. Das ist die Beugnade, das ist die Beugnade, das ist die Beugnade. Das ist die Beugnade, das ist die Beugnade. Das ist die Beugnade, das ist die Beugnade. Das ist die Beugnade.